Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie haben hinten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Starners wird das alles in Ordnung kommen. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verwenden der Roten... Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs. ... und Bogdorf. Der Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederfrechtiger Treue unserer F... Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! In der Roten Armee geht es doch geschmeißen, das deutsche Volkens! Sie ist ohne Ehre! Verräter!